So, hallo zusammen. Ich bin gerade in meinem Auto und warte auf meinen Bruder. Den hole ich nämlich gerade in Düsseldorf ab und dann gibt es zum Flughafen. Wir fliegen nämlich heute nach Berlin und da ist heute Abend ein Dinner mit Lancome. Ich habe nämlich die Kampagne mit Lancome zusammengedreht für Social Media. Die habt ihr hoffentlich auch schon in meinem Feed gesehen. Und auf jeden Fall fliegen wir heute nach Berlin, gehen dann zum Dinner und mittags habe ich zwei Stunden Leerlauf. Und da werde ich mit Mandy zu Superfoods gehen hoffentlich. Das ist nämlich mein Lieblings-Place in Berlin zum Lunchen. Die haben da richtig leckere Sachen, Acai-Bowls und solche Sachen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass Django dabei ist, Mandys Hund. Der ist einfach so süß und den lernt ihr dann heute auch kennen. Das Wetter hier ist auf jeden Fall schlechter als bei uns und ich hoffe, Mandy hat vielleicht Django dabei. Hat sie nämlich noch nicht gesagt und den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und wir sind jetzt auch gleich da. Ich habe schon die pinke Leine gesehen. So eine Treppe. Essen. Essen, 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 essen. Sieht aus wie Bacon. Wie cool. Hat sie mir nachgekauft. Sie hat mich geinfluenced. Hat geklappt. Hat geklappt. Hat geklappt. Wird sie ja alles nachgekauft. Ja natürlich, den Mandel auch. Stimmt. Ja. Stimmt. Dankeschön. Und ist es kalt in Berlin? Nein. Nein. Das ist der sibirische Wind. Berlin ist voll warm heute. Die Sonne scheint, was ein Trauer ist. So, wir holen jetzt hier eine Box ab. Mandy hat sich nämlich eine Geschenkbox von Louis Vuitton bemalen lassen mit dem Gesicht von Django. Tja. Richtig. Und der war auch hier. Der hat mir auf Instagram geschrieben. Warum? Die. Nein. Die Besitzerin. Die Besitzerin. Die Besitzerin. Die Besitzerin. Die Besitzerin. Angefroren. Das war so kalt. So, ich bin jetzt hier in meinem Hotelzimmer und mache mich jetzt gleich fertig für das Dinner mit Lancome. Und bei dem Dinner dreht es sich alles um dieses Parfüm. Das ist Parfüm La Vie et Belle. Und das hatten wir auch in der Social Media Kampagne, die Mandy und ich zusammen gedreht haben. Und darum ging es halt einer Person, die man gern hat, eine Freude zu machen. In dem Fall habe ich Mandy nach Freude gemacht. Ja, ich mache mich jetzt mal fertig. Meine Haare sind nämlich momentan noch glatt. Die möchte ich aber leicht wellig machen. Und ein wenig Make-up fehlt auch noch. Und dann muss ich mich natürlich noch anziehen. Ich zeige euch mal eben. Jetzt nehme ich einmal hier mein Zimmer, was ich heute Abend anziehe. Und zwar habe ich einmal diese Handtasche von Bottega Veneta. Dann diese schwarzen Overknees. Die sind von... Einen Moment. ...Gian Vito Rossi. Ich liebe diese Marke. Italienische Schuhe. Die kennen auch alles die Italiener. Pizza, Pasta und Schuhe. Alles, was ich brauche. Und dann habe ich noch dieses hübsche Kleid. Das ist so ein bisschen länger. Weil es... Und natürlich auch lange Arm. Es ist kalt draußen. Wir sind zwar drin, aber es ist trotzdem kalt. Und das ist von Sarah. Das habe ich aktuell gekauft. Und ich glaube, das sieht alles ganz, ganz hübsch miteinander aus. Und dazu kommt natürlich... La Vire. Jetzt geht's los. Ich mache mir jetzt meine Haare. Die sind nämlich jetzt noch glatt. Und das finde ich ein bisschen zu langweilig für heute Abend. Deswegen mache ich mir jetzt leichte Waves. Aber das geht super fix. Und die sind auch super easy. Wichtig ist, dass ihr halt so ein Endstück hier nicht mit eindreht. Weil das macht dann am Ende den Look aus, wenn... Die Locke nehme ich unten noch so ein Stückchen gerade ist. Dadurch sieht das so ein bisschen anderen aus. Alles andere würde die Locken so ein bisschen... Zu brav oder zu perfekt wirken lassen. Wenn ihr einfach so ein Stückchen hier nicht mit aufdreht, dann sieht das direkt ein bisschen cooler aus. Weil wir wollen ja cool aussehen. Ein paar Löckchen haben wir schon. Es geht halt echt super fix. Der Lockenstab ist aber auch echt gut. Der wird super schnell heiß. Und zum Glück nehmen meine Haare. Ich habe ja so europäische Haare. Die nehmen das auch super easy an. So. Et voilà. Ich nehme auch nicht jede Strähne. Also ich mache jetzt nicht jede Strähne lockig. Ich nehme mir immer so ein paar raus. Und dann schaue ich einfach, wie es sich entwickelt. Und... Entweder es sieht am Ende cool aus. Oder ich mache noch ein paar mehr. Oder ich bürste eine noch mal ein bisschen raus. Aber in der Regel mache ich immer ein paar Sachen. Das ist extra Volumen. Die meisten Make-ups oder Haare mache ich selber für Events. Weil... Ich weiß auch nicht. Ich finde immer, wenn jemand einen schminkt, sieht man anders aus. Weil... Klar, die Person... Außer man arbeitet auch mit dem gleichen Make-up-Artisten. Aber selbst dann. Die machen andere Striche. Benutzen anderes Make-up. Andere Produkte. Die sehen dein Gesicht natürlich auch ganz anders, als man sein eigenes Gesicht sieht. Und... Ich weiß nicht. Ich mag es eigentlich immer gleich raus zu sehen. Ich muss jetzt nicht so viel wie ein neuer Mensch sein. Äh... Ich mag es lieber mit Klamotten ein bisschen zu spielen. Aber ich mag es nicht mit Make-up oder Haaren jetzt groß umzuspielen. Als Standardsachen. Es muss jetzt nichts Verrücktes sein. Äh... Und die Standardsachen. Ich glaube, ich bekomme jede Frau auch selber hin. Ob es ein Zopf ist. Haare glatt. Haare lockig. Bellig. Das ist jetzt keine große Hexerei. Deswegen fragen mich auch immer so viele. So, hey... Wie machst du das? Schaut euch einfach ein paar richtige Videos an. Ich schaue zum Beispiel sehr gerne Videos von Camila Calhue. Das ist eine Brasilianerin, die aber in Bosnamerika lebt. Und die macht es so gut. Da kaufe ich auch immer ihr die meisten Produkte nach. Also sie influenzt mich. Sie hat mich erwischt mit der Influenza. Wie sie ein Video macht und die Produkte benutzt, kaufe ich sie zu 80% nach. Weil sie es einfach so schön macht. Und sie erklärt auch warum die Produkte gut sind. Also, falls ihr ihr noch nicht folgt oder keine Videos von ihr kennt. Camila Calhue kann ich nur empfehlen. Ja. 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 Es ist wirklich Weihnachtszeit, also Lichter und Schnee. Guten Tag. Zurück zum Event. Es schneit immer noch, mal gucken, ob es gleich mehr wird. Und wenn, dann nehme ich Mandy noch mal kurz drauf. Keiner merkte, dass ich fehle. Müssen wir mal ein Gehüter merken. Ich komme hier beim Event noch mal rein. Ich war kurz draußen. Und natürlich steht Mandy da noch am Quuzzle mit RTL. Guck mal, ob ich sie ablenken kann. Vorregend bis zum Berg. So, das war jetzt ein kurzes Get-Together mit allen zusammen. Und jetzt fängt gleich, wie ihr schon sehen könnt, das Dinner an. Da könnt ihr euch leider nicht mitnehmen, weil da wollen wir uns alle in Ruhe unterhalten. Und da sind Kameras tabu. Aber ich möchte mich morgen wieder bei euch, wenn ich dann im Flieger sitze, zurück in die Heimat nach Dortmund. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen in Dortmund und muss jetzt noch meinen Koffer ausbaden. Auspacken. Auspacken. Einpacken? Gar kein Problem. Auspacken? I hate it. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ja genau das Gleiche, ob du es ein- oder auspackst. Aber auspacken mag ich einfach nicht. Das Lancome-Dinner war gestern richtig, richtig schön. Es war so ein richtiges Mädels-Dinner, würde ich sagen. Alles war pink und rosa. Überall waren Rosen und alles raucht gut. Und alle waren hübsch gekleidet und hatten natürlich schönes Make-up. Und es war super schön. Ja, ich hoffe, ich hatte meinen Vlog zum Thema Berlin Girls Day mit Mandy. Und das Lancome-Dinner gefallen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Sachen, die ihr vielleicht gerne sehen wollt oder wo ihr sagt, hey, film es mal bitte. Einfach unten kommentieren. Bis bald.